Die Bucke ist voll fixiert. 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 Mein Gott. Die Bucke ist voll fixiert. 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 Das ist voll fixiert. Die Bucke 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 ist voll fixiert. Das war's für heute. ja aber musste erst mal gute symbole die ganze zeit krieg nur buchstaben da zweimal gut verlängert aber jetzt 40 40 köpfe jetzt ist die chanceler dankeschön jetzt soll immer verlängern und diese brennenden bringen aber start ist jetzt schon scheiße brauchst du jetzt verlängerung aber du brauchst normale verlängerung jetzt weißt du sonst ja ja gut aber nicht nicht zu spät ja ja aber verlängern will mir lieber gewesen jetzt brennen das buch wäre noch geiler fängt er so schön an ich habe gedacht vielleicht kommen wir ja ich sag ja jetzt wäre verlängerung super ach du scheiße macht da noch ja ja aber schade jetzt war die chance gut zwei mal von vorne den kopf hätte einen hinten reinwerfen können aber immer durch marschiert ja vierer wäre nicht gewesen guck mal jetzt direkt vier direkt echt heftig aber ja gut mein gott immer passiert für mich weiter ja 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 ja